So, bevor das Video losgeht, will ich noch was sagen und zwar sind in der letzten Zeit ja einige Leute hinzugekommen, die natürlich nicht wissen, dass ich für den Urlaub vorproduziert habe. Ab morgen, also ab Sonntag, fahre ich in den Urlaub und da kommen dann 16 Tage lang uncutted Videos, die ich vorproduziert habe, aber nicht geschnitten habe. Und ich möchte euch bitten, diese Videos immer zu Ende zu gucken, weil in diesen Videos ist ziemlich am Ende immer was versteckt, was ihr dann in die Kommentare schreiben könnt. Mal gucken, ob ihr es findet oder nicht. Bei manchen Videos könnte ich es vergessen haben, aber bei den meisten sollte es eigentlich so sein, dass am Ende was versteckt ist. Und deswegen guckt sie einfach bis zum Ende und dann schreibt in die Kommentare, ob ihr es gefunden habt oder nicht. Es ist eine kleine Millisekunde und wenn ihr sie aus Zufall seht, dann viel Glück und schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, Videos zu Ende gucken ist sowieso immer das Beste, also tut es. Wir spielen heute das The Higher or Lower Game, darum geht es halt zu bestimmen, was mehr oder weniger gegoogelt wird von den beiden Dingen, die hier sind. Und das ist echt schwierig. Ich habe es von Montana Black, also von Spontana Black, den Zweitkanal von Monte und er von Danny Justin und ich muss die Maus immer bewegen, sonst bricht die Aufnahme ab. Aber Toy Story 3, denke ich mal, ist weniger gegoogelt als von Arsenal, der Fußballverein. Da hatten wir recht. Ähm, Morokko, ist glaube ich, wird glaube ich mehr gegoogelt. Ja, also man muss auswählen, was mehr oder weniger gegoogelt wird. Morokko, auf jeden Fall, ich weiß nicht, Tiere werden sowieso immer oft gegoogelt. Ähm, lol. Okay, Penis wird auf jeden Fall mehr gegoogelt. Okay, äh, Antisemisten, Antisemisten wird glaube ich weniger gegoogelt. Oh, gerade so. Okay, äh, The Beatles wird auf jeden Fall mehr gegoogelt. Ah, gerade so, ich hätte auf jeden Fall mit einer Million gerechnet. Ähm, Erdbeeren im Nepal wird auf jeden Fall mehr gegoogelt, denke ich. Okay. Also, ich will den Score von 20 schaffen, nur so, ne? Ähm, Repairing Game, so. Kondome. Oder Blade Runner. Ähm, da muss ich sagen, Blade Runner, weil das ist ein Film. Also, ich will den Score von 20 schaffen. Popeye, Rihanna, wird mehr gegoogelt. Ja. So. Bank of China, wird mehr gegoogelt. Wir probieren es jetzt so lange, bis ich 20 Also einen Score von 20 habe Céline Dion oder Royal Family Royal Family wird weniger gegoold So, ein ganz schlechtes Einschätzungsvermögen Universal Pictures auf jeden Fall mehr What? Das ist nicht normal Das Spiel will mich verarschen Okay, Vegetarian Homer Simpson mehr Was? Die Fail-Runde des Jahrtausends Da hat die Montana Blackmeer Okay, Fußball oder Kindlers Liste? Weniger So, sag ich ja Es ist übrigens im Monat auf der ganzen Welt Doktoren auf jeden Fall mehr So Score 2 Malediven auf jeden Fall noch mehr Ein Million Trolling, ich glaube weniger Oh mein Gott Breaking Bad wird auf jeden Fall Mehr gegoogelt Ja Okay Harley Davidson wird, glaube ich, weniger gegoogelt Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh Gott Fostering, was ist das? Ich weiß es nicht Drück mal einfach mal auf Lower Ich weiß nicht, was es ist Sklaverei wird Sklaverei wird weniger Steuern Steuern Ich glaube, das wird mehr gegoogelt Was? Ach nö Okay, wir hatten schon mal einen Score von 8 Das ist gar nicht so schlecht Probieren Sie bis 20 Bradley Cooper 1,2 Millionen Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier lower sein Ja Okay Ashley Madison Ich glaube, das wird mehr gegoogelt Ja Ja, was ist das auf der ganzen Welt? Joss Mourinho Kenne ich nicht weniger Okay Der höchste Score ist tatsächlich 32 Also wir wissen, auf was wir uns hier begeben Terrorismus oder Südkorea Ich glaube, Südkorea Ja Aber auch wieder gerade nur so Dafi Duck wird weniger gegoogelt Ja Okay FC Barcelona auf jeden Fall Mehr Ja Mh Bisexuell auch mehr Nein, was? Wir begeben uns hier auf eine heiße Spur Weil Das höchste, was jemals geschafft wurde War 32 Ebay Vanos Gaming wird weniger gegoogelt Sag ich doch So Jetzt aber mal Volle Konzentration Mick Folle Muss ich erstmal überlegen Von wer Also wer das ist Ich glaube nicht Also ich kenne ihn nicht Deswegen würde ich einfach mal sagen Weniger Oh Gott Ich sehe immer, wenn es die Zahl so Oh, deutscher Schäferhund wird auf jeden Fall mehr gegoogelt Aber Aber ein deutscher Schäferhund hat die Ohren nach oben Also das Bild würde ich austauschen So Haya auf jeden Fall Eine Million Suchanfragen im Monat So Äh Ich kenne Verizon nicht Aber wir drücken Also ich glaube, dass das so eine große Firma in den USA ist Deswegen Drücken wir einfach mal auf Haya Ja Sechs Millionen Suchanfragen im Monat Was ist das für ein Suchbegriff Äh Äh Ich weiß es nicht Ich kenne das nicht Ich drücke einfach mal auf weniger Uiuiui Auch so viel Ich kenne das nicht Also ich glaube, das ist Schlafstörung Ähm David Copperfield Wer ist David Copperfield? Äh Of our time David Copperfield Auf jeden Fall weniger Ja Ja, okay Puh So Kenny Watchers Ich kenne Kenny Watchers nicht Oh, Alter War das knapp Okay Plumber Das ist dieser Diese Also das ist ein Siphon Wird glaube ich mehr gegoogelt Okay, krass Krass Wes Anderson Kenne ich nicht Weniger Hahahaha Puh Alter Okay So Good Will Hunting Ich weiß nicht, ob das ein Film ist Oder vielleicht Oh, Dankeschön Ich weiß nicht, ob das ein Film ist Oder vielleicht Äh Aber wie gesagt, ab morgen dann halt 16 Videos Äh Ungeschnitten Nur für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben Äh Da ich ja im Urlaub bin Good Will Hunting Ich weiß nicht, ob das ein Film ist Deswegen drücke ich einfach mal auf Hire Oh mein Gott Das ist so Okay, das wird auf jeden Fall mehr gegoogelt Ja, das war klar So Epic Rap Battles Wird vielleicht auch mehr gegoogelt Oh Ja gut, wir haben auf jeden Fall unseren Score von 8 übertroffen Äh Und wir sind Äh Wir sind besser als Äh 10% Ne, was Dead Score in the top 10% Shared Ja gut, ich share das dann gleich mal Und äh Da würde ich sagen Danke fürs Zuschauen Die nächsten 16 Videos, wie gesagt, ungeschnitten Weil ich im Urlaub bin Und wir sagen, hau rein Bis zum nächsten Video Und tschau